Die A18 First Edition hat folgende Besonderheiten. Die historische Tanklinierung, ein umfangreiches Chrompaket, die Plaketten auf den Seitendeckeln und exklusiv auf der Sitzbank. Die A18 First Edition hat folgende Besonderheiten. Die historische Tanklinierung, ein umfangreiches Chrompaket, die Plaketten auf den Seitendeckeln und exklusiv auf der Sitzbank. Als ich zehn Jahre alt war, habe ich mich das erste Mal heimlich auf eine A80 G-S von meinem Papa gesetzt und einen BMW-Boxermotor wahrgenommen. Und diese Emotion ist bei mir wieder aufgekommen mit Übernahme des Projekts A18. Und ich bin unheimlich stolz, was wir als Team auf die Straße gebracht haben. Als ich zehn Jahre alt war, habe ich mich das erste Mal heimlich auf eine A80 G-S von meinem Papa gesetzt und einen BMW-Boxermotor wahrgenommen. Und diese Emotion ist bei mir wieder aufgekommen mit Übernahme des Projekts A18. Und ich bin unheimlich stolz, was wir als Team auf die Straße gebracht haben. Und ich bin unheimlich stolz, was wir als Team befinden. Vielen Dank.